Ich glaube, es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben das Spiel die ganze Zeit bestimmt, glaube ich. Wir waren die bessere Mannschaft. Ein paar kleine Phasen, wo die wieder herankommen, aber immer nur auf vier oder so. War eigentlich nicht in Gefahr, glaube ich. Der hat auch gut gehalten. Abwehr war gut. Im Angriff haben wir eigentlich immer ein Tor gemacht, wenn wir es gebraucht haben. Deswegen war es ein verdienter Sieg, denke ich. Gut, nach dem Töbisch-Sieg geht es immer gut und es war auch schön, dass die Halle ausverkauft war. Ich hatte das Gefühl, wir können das Spiel nicht verlieren heute. Wir haben morgen wieder Training ausgelaufen, Regeneration, weil am Donnerstag haben wir die Löwe auswärts. Das ist wieder eine neue Aufgabe, ein schweres Spiel, aber mal schauen. Wir sind gut drauf und wer weiß, wir haben zuhause gewonnen. Es wird ein anderes Spiel, aber trotzdem, warum nicht?